KI und Hochschule ist das Zukunftsthema schlechthin, weil die Transformation eingesetzt hat und wir für die Studierenden, die in den nächsten 30 bis 40 Jahren auf dem Arbeitsmarkt tätig sind und gerade in meinem Gebiet in der Medizin, frühzeitig auf die neue Welt vorbereitet werden müssen. Wir werden eine enorme Veränderung haben und dazu müssen die Universitäten ihren Beitrag leisten. Das Besondere an Heilbronn und dem UFF ist die Tatsache, dass sich hier in einer recht spannenden Umgebung ganz viele verschiedene Akteure zusammenfinden, vernetzen können, in verschiedene Gedankenwelten abtauchen können und das Ganze auch noch live gestreamt wird. Der KI Campus ist für mich eine exzellente Plattform, um die neuen Methoden der künstlichen Intelligenz, dieses Werkzeug adaptiv an die entsprechenden Bildungsinstitutionen und auch an Einzelpersonen heranzuführen.